In diesem Workshop möchte ich Ihnen zeigen, wie PDF-Formulare den Alltag wirklich erleichtern. In einem Überblick, was in diesem Workshop behandelt wird, wir lassen mal die Frage aufkommen, weshalb überhaupt setze ich Formulare ein, mit welchen Programmen werden diese Formulare erstellt, also was brauche ich, um eigentlich ein PDF-Formular erstellen zu können. Es ist Acrobat, in dem ich hier in diesem Workshop diese Formulare erzeuge, weshalb eben weiter im Verlauf dieser Präsentation. Bevor wir ein Formular versenden, sollten wir darauf achten, dass es beim Empfänger dann bedienerfreundlich geöffnet wird. Ich habe Praxisbeispiele von Formularen. Ganz wichtig, der Datenexport aus einem PDF-Formular. Wie kann ich Daten von verschiedenen Formularen, die bei mir zurückgesandt wurden, sammeln und in eine Tabelle oder in eine Datenbank exportieren? Beginnen wir mit der Frage, weshalb setze ich ein PDF-Formular ein. Erstens ist es plattformunabhängig und wenn wir den kostenlosen Adobe Reader installiert haben, dann können wir alle PDF-Dateien auf jedem Computer betrachten. Ein gedrucktes Formular schaut genau gleich aus wie mein elektronisches Formular. Das heisst, ich kann die Gestaltung aus einem möglicherweise bereits gedruckten Formular genauso ins PDF übernehmen. Das ist zum Beispiel bei einem Webformular nicht unbedingt gegeben. Egal in welchen Programmen ich etwas erstelle und auf welchem Computer, also Betriebssystem, ich kann in Word, in QuarkXPress, in InDesign, in Pages, in Keynote, überall kann ich ein solches Formular kreieren und kann danach, wenn ich ein PDF daraus gemacht habe, ein solches Weiterleiten auf x-beliebige Computer mit x-beliebigen Betriebssystemen und das Formular schaut überall genau gleich aus. Die gute Lesbarkeit, das ist mit ein wichtiger Grund. Also wenn ich ein Formular gedruckt versende und zurück erhalte per Fax oder per Post, dann ist es so, dass ich oftmals dieses Formular nicht gut lesen kann. Ich möchte dazu ein Beispiel zeigen und öffne hier diese PDF-Datei. Und wenn Sie hier schauen, ich habe mir da wirklich nicht gerade Mühe gegeben, aber oftmals habe ich solche Formulare zurück erhalten und dann heisst es Detektiv spielen und versuchen herauszufinden, ist das jetzt pre-to-media.ch oder was soll hier die E-Mail sein. Ein richtig ausgefülltes Formular schaut dann so aus und da können Sie auf ersten Blick erkennen, ich habe die Schrift in Farbigkeit, da wo Formularfelder sind, habe ich nicht die schwarze Schrift genommen, sondern erholt und darin erkennen Sie im Handumdrehen, wie viel übersichtlicher und lesbarer ein solches PDF doch ist. Ein weiterer Grund, wenn ich solche Formulare elektronisch zurückerhalte, kann ich diese sammeln, sehr einfach und in eine Excel-Filemaker- und so weiter-Datenbank exportieren. Das direkte Weiterleiten, wenn jetzt gewisse Informationen an jemand anders noch weitergereicht werden müssen, kann ich ein solches erhaltenes Formular per E-Mail ganz einfach weiterleiten und muss nichts ausdrucken, erneut einscannen, wie es heute oft noch angetroffen wird. Ich kann das Formular irgendwo herunterladen von einer Webseite und kann dieses offline ausfüllen, also von unterwegs und danach, wenn ich mal online bin, anhängen in einem E-Mail und dem Absender zurücksenden. Welche Programme werden eingesetzt, um ein solches Formular zu erstellen? Also bevor wir ein PDF-Formular kreieren, müssen wir zuerst eine Gestaltung, ein Layout machen. Heute ist es möglich, aus einem Excel, PowerPoint, Keynote-Numbers und so weiter solche Formulare zu gestalten. Ich reduziere hier das Ganze und sage, verwenden Sie Schreibprogramme oder Layout-Programme, um ein Formular darin aufzubauen, ein PDF zu exportieren und danach in Acrobat ein solches Formular zu erstellen. Wenn Sie Acrobat installiert haben und aus einer Layout-Software heraus ein PDF erstellen möchten, ist die PDF-Library direkt installiert auf Ihrem Gerät. Es gibt natürlich Dritthersteller, andere Anbieter, die auch solche PDF-Engines gebaut haben, aber sicherlich nicht in dieser Qualität und dieser Erfahrung, wie es Adobe, der Gründer von PDF, hat. Ich habe viele Erfahrungen, Praxiserfahrungen gemacht mit PDFs, die dann Probleme gaben beim Ausdrucken, beim Ausfüllen und so weiter. Mit Acrobat haben Sie auch die Werkzeuge, um Formulare erstellen zu können, sauber und diese Formulare dann auch in einem Reader ausgefüllt werden können. Eine weitere Lösung, die jetzt aber ganz neu ist, um PDFs erstellen zu können, wenn Sie nicht Adobe einsetzen möchten, Das ist die PDF-Chip-Lösung von der Firma Kalas in Deutschland. Aber diese Lösung ist dann eher für Grosskonzerne, Grossbetriebe. Aber schauen Sie sich das einmal an. Aus HTML heraus PDFs. Qualitativ hochwertig erzeugen. Spannende Sache. Wie bereits erwähnt, in Acrobat 11 haben wir unter Werkzeuge Formularwerkzeuge. Diese Formularwerkzeuge, wie Textfelder, Kontrollkästchen und so weiter, werde ich Ihnen detailliert dann bei der Erzeugung eines Formulares in diesem Workshop näher bringen. Wenn jemand ein PDF-Formular erhält, dann ist es aus meiner Sicht wichtig, dass er gleich die Übersicht hat, wie viele Seiten ein solches PDF-Dokument hat, wie man so etwas einstellt, einrichtet, dass das wie auf dem rechten Screenshot gezeigt erscheint. Das in diesem Workshop. Ich möchte Ihnen nun ein paar einfach zu kreierende PDF-Formulare zeigen, die mit wenig Aufwand aufbereitet werden können und einem doch den Alltag um einiges erleichtern. Wir haben solche Kursauswertungen eingesetzt, die bestehen aus normalen Textfeldern und hier Optionsfelder, wo nur ein einziges angeklickt werden kann, also nur eine Option zur Auswahl steht. Das ist eine Möglichkeit von Formularfeldern. Dann haben wir einen Inseratebestellschein. Da kann ich auswählen, welche Inserategrösse ich möchte, bin ich Aussteller oder nicht und ich gebe meine Angaben zur Person an. Dann kann ich noch Material bestellen, da auch alles mit solchen Formularfeldern hinterlegt. Ein weiteres, das zum Einsatz kam, bei mir im privaten Bereich. Ich habe eine Wanderung organisiert und da habe ich dann ein zweiseitiges Formular gemacht. Da ist das PDF für den Versand so einzurichten, dass der Empfänger gleich die beiden Seitenansichten, Miniaturansichten sieht beim Erhalt des PDFs und auf der zweiten Seite dann den Anmeldetalon für diese Wanderung erhält. Dies also einmal drei Beispiele, wie PDF-Formulare zum Einsatz kommen können. Das wohl Wichtigste und was mir die Arbeit wirklich erleichtert ist, wenn ich PDF-Formulare mache und zurückerhalte, kann ich diese sammeln und in eine CSV-Datei exportieren, um sie danach in Excel oder in meiner FileMaker-Datenbank zu importieren. Also nichts mit Copy-Paste aus dem PDF heraus in meine Datenbanken, sondern ich kann das alles sammeln und auf einfache Art und Weise zum Beispiel in eine Excel-Datei übertragen. In den weiteren Filmen möchte ich jetzt gemeinsam mit Ihnen einen solchen Inserate-Bestellschein in ein PDF-Formular umwandeln mittels Acrobat 11. Viel Vergnügen bei diesem Workshop. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.